Ja, es ist total unterschiedlich. Irgendwann kommen wieder ein paar Sonnenstrahlen raus, dann ist wieder ein Regenschauer. Also wir sind dort beim Abschlusstraining auch nochmal extrem nass geworden. Gott sei Dank ist es nicht so kalt, aber trotzdem dann ja auch ein bisschen eingeschränkt und unangenehm, weil wir hier irgendwie alle das Gefühl haben, dieser Regen macht uns nasser als der Regen zu Hause. Es sind dunkle Wolken am Himmel, es ist sehr, sehr regnerisch und windig. Und wir hoffen aber, dass es dann bis morgen durchgezogen ist, dass wir vor allen Dingen natürlich auch die Daumen drücken, dass dieser Hurricane ja nicht so viel Schaden anrichtet, weil das ja auch eine Bedeutung hat für viele Menschen, die hier leben. Viele, die hier vor Ort sind, sagen, macht euch keine Sorgen, das ist nichts, das ist nur Regen und Wind. Da hätten sie schon viel Schlimmeres erlebt. Von daher bleiben wir ja mal jetzt noch entspannt. Aber schönes Wetter ist anders. Also was wir für ein Spiel erwarten, das weiß ich noch nicht so genau, weil wir erstmal gucken, wie dann morgen wirklich die Bedingungen sind. Ich erwarte aber ein Spiel natürlich auf Augenhöhe, das ist auch klar. Und gegen die USA zu spielen, ja, gegen den Weltmeister, das ist immer was Besonderes, weil hier auch immer eine besondere Stimmung herrscht in diesem Land. Von daher freuen wir uns, nicht nur dieses Spiel morgen, sondern eben zwei Spiele gegen den Weltmeister machen zu dürfen. Und werden dann am Ende sehen, ja, wie es dann wirklich ist. Also ich kann es noch nicht so zu 100 Prozent einordnen, welche Stärke wir auf den Platz bringen und welche Stärke dann die USA auf den Platz bringt. Aber auf jeden Fall freuen wir uns drauf, weil wir auch glauben, dass viele Menschen morgen kommen werden. Also ich kann es noch nicht so zu 100 Prozent einordnen, welche Stärke dann die USA auf den Platz bringen und welche Stärke dann die USA auf den Platz bringen und welche Stärke dann die USA auf den Platz bringen.